Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Winterreifen. Vorstell möchten wir euch drei starke Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen, so dass ihr das passende Modell für euch und eure Ansprüche finden könnt. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Winterreifen kennenzulernen und auch am Ende unseren persönlichen Favoriten zu sehen. Alle drei Winterreifen haben wir euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt euch dort auf Amazon weiter zu den Modellen informieren und auch mit der Amazon Confirmed Fit Funktion sicherstellen, dass die Reifen auf euer Auto passen. Lasst uns nun aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Winterreifen aus der Einsteigerklasse beginnen. Vorstellen möchten wir euch hier die Nokian WR-D4. Diese sind in unzähligen verschiedenen Größen und Breiten erhältlich, so dass dort ein passendes Modell für euer Fahrzeug dabei sein sollte. Sie überzeugen durch ein ganz spezielles Profildesign. Dieses kann Nässe und Schnee durch das spezielle Silica-Gummigemisch extrem gut verteilen, womit ein Aquaplaning und Schlittern so gut es geht vermieden wird. Die Lenkpräzisionsrippe in der Mitte des Reifens sorgt für ein extrem kontrolliertes Handling. Die Lamellen der stabilen Mittelrille verlaufen dabei nicht über ihre volle Breite, wodurch eine präzisere Reaktion auf Lenkbefehle und eine bessere Kontrolle über das Fahrzeug möglich werden. Vor allem überzeugen hier auch die steifen Handlingblöcke an der Außenseite des Reifens. Diese haben extrem starke Lamellen, um die Traktion noch besser zu verstärken und Schnee und Wasser noch besser abzuleiten. Eine aggressive Aktivator-Lamelle in der Mitte der Schulterblöcke optimiert dabei auch das Funktionieren des Schulterblock-Systems beim Beschleunigen und Bremsen. Also dann, wenn Grip am meisten gebraucht wird. Nokian Tires ist der weltweit nördlichste Reifenhersteller. Er testet seine Winterreifen im eigenen Testcenter Whitehall in Ivelo konsequent auf Schnee, Eis und Schneematsch. Erfahrene Testfahrer bringen die Reifen dabei in kompromisslosen Tests an ihre Grenzen, um unter allen Reifen die besten herauszufiltern. Unter solchen Bedingungen und Voraussetzungen sind die Nokian WRD4 entstanden. Kein Wunder, dass diese Winterreifen auch mit 4,7 von 5 Sternen so beliebt bei den Kunden sind. Gleichzeitig handelt es sich wie gesagt ja auch um die günstigsten im Vergleich. Alles weiteren zu diesen starken Winterreifen aus der Einsteigerklasse über den ersten Link in der Beschreibung. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, um die nächsten beiden Reifen kennenzulernen. Ähnlich beliebt sind hier die Snow Control 3 von Pirelli. Diese Matsch- und Schneewinterreifen sind ebenfalls in unzähligen verschiedenen Größen erhältlich, sodass sie auch auf jeden Fall auf euer Fahrzeug passen sollten. Dieser Winterreifen wurde mit einer neuen Mischung, neuer Profilstruktur und einem neuen Profildesign konstruiert. Vor allem kleine bis mittlere Fahrzeuge profitieren von den hervorragenden Fahreigenschaften bei auch winterlichen Verhältnissen. Er bietet einen guten Grip und erhöhte Traktion auf Schneeglätte sowie auch auf nasser Fahrbahn, wobei er dank seines geringen Rollwiderstandes noch weniger Kraftstoff verbraucht. Die Snow Control 3 von Pirelli gehören seit Jahren zu den beliebtesten Winterreifen auf dem Markt. Dafür sorgt natürlich das spezielle Profildesign. Die modernisierte Lauflächengestaltung des Reifens sorgt in Verbindung mit dem runden Profil für eine erhöhte Traktion auf dem Schnee. Die mittleren Laufrillen sind hier besonders tief und direkt mit den äußeren waagerechten Rillen verbunden, um eine gute Ableitung des Wassers und Schnees zu garantieren und immer einen optimalen Grip auf auch nasser Fahrbahn zu erhalten. Auch ist das spezielle Gemisch dieses Reifens, also die Gummimischung, hervorzuheben. Diese verbessert die Balance zwischen dem Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn und auch der Nachgiebigkeit, also einem guten Fahrverhalten auf Schnee. Matsch- und Schneereifen also, welche effektiv als Winterreifen geeignet sind. Alles weitere zu diesem Modell der Mitte Klasse über den zweiten Link in der Beschreibung. Wie gesagt, könnt ihr mithilfe der Amazon Confirmed Fit Funktion hier auch das passende Modell für euer Auto finden. Bleibt jetzt aber auch unbedingt noch dran, denn wenn ihr ein wirkliches Premium Modell haben wollt, dann solltet ihr euch für ein Modell wie den Michelin Alpine 6 entscheiden. Diese Winterreifen von Michelin verfügen über ganz spezielle Eigenschaften und sind natürlich ebenfalls in vielen verschiedenen Größen erhältlich, sodass auch hier was passendes für euer Auto dabei sein sollte. Einzigartig sind sie vor allem durch ihre extremen Traktionseigenschaften. Sie bieten eine optimale Haftung bei niedrigen Temperaturen und auch winterlichen Bedingungen. So bleibt man auch auf winterlichen Fahrten jederzeit entspannt, da man hier eine gute Traktion und gleichzeitig starke Bremsleistung behält. Das Modell besitzt viele perfekt angeordnete Lamellen, die den Schnee und Nässe sehr gut abtransportieren. Besonders am Reifen ist aber auch, dass der Reifen mit Abnutzung weitere Profilrein frei liegt, um eine dauerhafte Leistung sicherzustellen. Zudem sorgt das spezielle Gummigemisch für spürbar mehr Schneegrip und dies auch bei wenig Restprofil. Michelin ist ja für seine Qualitätsreifen bekannt und mit dem Alpine 6 haben sie ein Modell entwickelt, welches auch für die härtesten Anforderungen geeignet ist. Es bietet bemerkenswerte Brems- und Traktionsergebnisse und eine extrem hohe Langlebigkeit auch bei längerer Benutzung. Schaut man sich das Profil des Alpine 6 mal ganz genau an, dann kann man die kleinen Minilamellen erkennen, die für die spezielle Ableitung des Wassers sorgen. Die sind nach langjährigen Tests so konzipiert, dass sie eine perfekte Ableitung von Schnee, Wasser und Matsch bieten und wie gesagt auch mit der Abnutzung noch weiter freigelegt werden, um ihre Wintertauglichkeit zu behalten. Ein wirklich starker Reifen also mit starken Funktionen und Eigenschaften und zudem auch mit einem dafür noch recht erschwinglichen Preis. Das Modell ist für viele, viele Arten und Größen von Autos geeignet. Über den dritten Link in der Beschreibung könnt ihr mit Hilfe von der Amazon Confirmed Fit-Funktion herausfinden, ob er auch auf euer Auto passt. Schaut da wie gesagt also mal in der Beschreibung für alles weitere vorbei und lasst dem Video auch gerne mal eine Bewertung da, wenn es euch weiterhelfen konnte.